Ja, und damit willkommen zurück hier bei The Evil Within. In der letzten Folge waren wir hier unterwegs, kann man sagen. Und ja, wir sind auf einige interessante Kreaturen getroffen und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit weiter umgehen. So, hier sind schon mal Fenster. Kann ich die kaputt machen? Ja, wir könnten durchs Fenster einsteigen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Hier sind keine Einbrecher. Zumindest dieses Mal nicht. Da hat sich was bewegt. Oh nein, hier. Okay. Nein, das war sehr böse. Du Arsch. So. What does the 72 mean in the title of the stream? It's like the 72th stream. I think I can say it like that and you know what I mean. Ja, mach schnell zu den Booms. Why do you count the stream numbers? I don't know. I think it's just for fun. Oh, ein Kartenfragment. There is no big reason for this. And since like, I don't know, maybe like five streams or. No, it's a little bit more, maybe like 10 or 15 streams. I'm putting all my streams on my YouTube channel on Unlisted. And yeah, I think it's just for... We must be going. Uh, genau. It's just for... I'm a little bit confused right now. Just for... Yes. Uh... Aus welchem Grund mache ich das eigentlich? Hm. Just for that. No. Um... Moment. Organization. Yes. 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 That's... That's... That's true. Uh, wir können da durch. Das machen wir gleich. Sometimes I'm a little bit scared that I'm, uh, deleting a stream from my hard drive. And yeah, that would be, uh, really bad. Because I want to edit them for YouTube. And yes. How was your Brot? Leaves. Uh, it was very good. Mein Brot war super. Was das? Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreier haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Ja. Weiß ich nicht, ob das funktioniert hat. Uh, Gehirn. Das brauche ich. I love the German word Brot, but it's not... It's like... It's like that. Just a second. It's like that. Not the U. It's just Brot. I swear it's Brot. No, it's not. We must be going. Ja, ja, komm, nervt mich nicht. Du stehst hier nicht an erster Stelle mit deinen Problemen. Wir haben auch eigene. How was your Brot? It was amazing. This dip was really good. Help! So, I had this bread left. And then I was like, hm, I need something for the bread. And then I found this dip on the supermarket. And yeah. Myra hat mich heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt. Äh, Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Uff. Das ist ein Plottwist. Stellt euch vor, ich hätte das jetzt so stehen lassen. Und ich hätte das nicht, hätte es selbst nicht gecheckt. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Uff. Okay, Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kamen schon wieder auf die Beine, aber es war unerträglich, sie so blutend zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Ja. Gute Frage. Gute, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein berechtigter Einwand. So, Doc. Ich würde sagen, sie bleiben hier und ich verschwinde mal kurz. Ja. Tschüss. One time ages ago, I said something in German to my math teacher and he kept on saying, das ist gut. Ja, und. And I was just thinking shut the hell up. I was. It was super cringe. Yeah. It sounds like that. Wo sind wir denn hier? Achso, hier vor der Karte. Ja, wir werden die niemals komplett kompletieren. Ich habe das einmal gemacht, glaube ich. Und. Dann nie wieder. Wir müssen jetzt zwei Schlüssel. Drei sogar. Oh. Wir nehmen auf jeden Fall das Fach da oben rechts. Nichts. Ein Schlüssel. Wuhu. Sogar zwei. Was? Wir haben aus einem zwei gemacht. Ich sollte heute ins Casino gehen. Ja, gehe ich hin. Ist immer eine gute Sache. 5000. Wir nehmen nochmal das da. Und. Wir nehmen. Da oben sind, glaube ich, noch mehr drin. Ja. I was just standing there like. Thinking what the fuck is happening. Yeah, I know what you mean. Ähm. Das sieht irgendwie gut aus. Weiß ich nicht. Äh. 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 Die Dinger sind nicht schlecht. Aber. Und. Noch mehr. Gehirn. Ist immer eine gute Sache. Wir haben jetzt 24.800. Das ist echt viel. Ich lieb's. Joa. Geht das mittlerweile auf? Nein, oder? Nö. Es liegt wieder eine neue Zeitung da. Und es wird wieder jemand Neues vermisst. Wir gehen da gleich dann mal raus. Vermisster Patient gefunden. Betreuer äußerst besorgt. Der seit vergangenem Dienstag vermisste Psychiatriepatient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Jimenez überzeugt. Es war Gottes Wille. Ja, wahrscheinlich. Ich bin. What was he saying is good? Äh. Yes. I think that's what he said. Dr. Valerio Jimenez, Eigentümer des Hospiz in Elgrava. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Uh. Road Troop. But it's funny that your teacher is speaking in German to you. So. Ich würde sagen, wir machen mehrere Sachen. Äh. Ich hätte gern auf jeden Fall mehr Fitness. Mit dem Leben an sich bin ich zufrieden. Sprintdauer stört mich schon sehr, muss ich sagen. Ähm. Waffen, ja. Auf jeden Fall. Vor allem die Feuerrate. Absolut schrecklich. Ähm. Da würde ich auch einmal hier hingehen und das hier auch machen. Und hier Spannengeschwindigkeit hier auf jeden Fall. Nachladegeschwindigkeit auch bitte. So. Und dann würde ich hier noch den Schadensmultiplikator aktivieren. Ähm. Einmal könnten wir uns noch leisten. Dann machen wir das. Und dann machen wir noch die Ladegeschwindigkeit. Und können wir das hier auch machen? Ja. 6000. Uff. Das ist viel. Since then I never spoke to him in German again. I don't want this to happen again. But I think you should do it again. No. Yes, you have. And then you have to talk about it here in the stream. Not. No. No. Not that way. No. No. Not that way. No. No, not that way. No. No. So many new admissions and not a single discharge. What the fuck? Oh. Stell mal auf laut. Fine, fine, fine. You don't look well at all. Do take care of yourself. Okay, that was interesting. So, we'll save. See, when you're saying, yes, you have to include, yes, you have to, just a tip, so for example, you, yes, you have to speak in German to math teacher, for example. Yes, I think you should do it. So, thanks for the tip and you should talk to your math teacher in German. There's no time for pulling around. Um, moment. You never just say, yes, you have. It doesn't make sense. Everyone would understand, but it makes more sense to say, yes, you have to. Okay, good to know. But you have to speak to your math teacher, I think. I know. Yeah. I know. I know. Hi. What could have happened here? Good luck. Ah, shush. Don't you fret. Doc, no, don't. Valerio, it's me. The good doctor is here. This is my brother, Valerio. Lesse's original doctor. Peel away. Yes, expose everything. Hey, what are you doing? Oh, oh. Nein. Oh, oh. 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 Oh, Schlüssel. Wir müssen da irgendwie reinkommen. The guy with the knife is your neighbor when you told him that there's a lot to see. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, Mann. Ja, was machen wir denn jetzt? Warten? Ich würde sagen, ja, oder? Oder einfach laden. Wann haben wir gespeichert? Da. Ich weiß nicht. Wann war denn ein Kontrollpunkt? Kann ich irgendwie sterben zufällig? Scheiße. Maybe go to the other side of the table. I think that's a little bit difficult, because I'm not able to left this picture. Wir hatten das ja schon mal. Ich glaube, wir haben hier halt irgendeinen Bug oder so. Nee, es passiert halt nichts. Kapitel neu laden. Ja, nee, das ist ein bisschen zu viel, ne? Automatisches Speichern. Da ist das neuer. Softlocked. Yes. Hm, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, wir laden. Das ist ja jetzt nicht so viel. Ja, was soll ich sagen? What does zuletzt mean? Um... Last a second. It means like last or at least or something. But if you say, I don't know. So, um... Wann benutzt man den zuletzt? Wann benutzt man den zuletzt? I think it's a little bit difficult to stay, because... The context is important, but yeah. I think last is like the best translation. What happened here? Ich helfe ihm gleich erst mal ne Flasche in die Fresse. So, das überspringen wir mal. Können wir das auch überspringen? Ich denke nicht, ne? Oh, oh... So, auf Wiedersehen. Okay, gut, das können wir jetzt auch überspringen. Ich will's eigentlich nochmal angucken, wenn ich ehrlich bin. Erstmal die Leiche verhauen. Ja, komm, einmal versuchen wir's noch. Vielleicht kommen wir ja dieses Mal wieder raus. Ja, warum hab ich das getan? Ich weiß es selber nicht. Had you someone of my class was learning German with Duolingo? Maybe you cannot know. No. No. Ja. Äh. Was soll ich sagen? Blöd gelaufen, ne? Anscheinend ist das ganze Ding voll. An der Stelle mit nem Bug. Äh, wir laden nochmal. Und wir machen das nicht nochmal. Da haben wir wohl einen Bug. Die Sache ist, das wird halt nochmal richtig interessant. Weil's einfach, äh, so viele Sachen gibt, die wir auch mit der Zeit wirklich brauchen. Oh, ja, super. Oh, ja, super. Ich muss aber immer noch sagen, ich bin noch so schockiert, wie flüssig das Spiel hier ist. Genau. Hau ruhig gegen die Tür. Äh, einfach weil ich das Spiel früher immer auf der Playstation 3 gespielt hab, also richtig oft. Und dann war halt einfach, also ist der halt jetzt voll der krasse Unterschied. So, ich würd sagen, alle guten Dinge sind ja schließlich drei, aber ich hätt trotzdem gern die Flasche. So, wir drücken wieder weg. Jetzt können wir uns das nochmal angucken. Ja, gute Frage, ne? Frage ich mich auch. Hier, du Arsch. So. Nimm das. For GTA, are we just doing Cletus or are we doing other things too? I'm not sure. I think we will see. Ja, das werd ich mir nicht nochmal angucken. Äh, ich bin nämlich nicht geisteskrank. So, wir gehen weiter, weil, naja. Nur, ich glaube, es hat so seine Gründe. Okay, das sind nur Streichhölzer. Das ist okay. Oh, Gehirn. So, ja, hier sind wir durch. Den Booms mach ich nicht nochmal. Wir gehen nochmal nach oben, aber das Haus sah viel größer aus von außen. I'm smart, los geht's. Means goodbye, yes. Totally. So smart. So. Hier nehm ich immer gerne mit. Hallo. Okay, das ist bloß ein anderer Eingang. Streichhölzer dürfen wir nicht mitnehmen. Ist der hier drin gewesen? Hallo. So. Piss dich. Miststück. So. Ach, was der alles kann, das glaubst du nicht. Uh. Endlich mal was Gutes. Okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Gespenst. Ich sag's, wie es ist. So. Dann würde ich sagen, wir hauen hier nochmal die Scheibe ein. Und gehen aus dem Fenster. Warum auch nicht. Ähm. Hallo. Uh. Gehirn. Das war ja lustig. Wir haben sie gerettet und haben dafür Gehirn bekommen. Wie freundlich. Ja, der hat halt kein Gehirn mehr. Beziehungsweise kein Kopf. Sein Gehirn könnte er uns ja zumindest opfern, wenn er freundlich wäre. Auf Wiedersehen. Let's go. Yes. You're so smart. Entschwein. Thank you. No problem. Hm. So. Dann würde ich sagen, rein in die Bude. Ja, dann musst du dich beeilen. Wo ist er denn? Ach so, er ist verwirrt. Ja, dann steig doch über diesen Zaun. Was ist denn mit ihm? Hier lang. Hier lang, du komischer Arzt. Jetzt muss ich auch noch Babyzitter spielen. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Trink mal kurz was. Moment. Moment. Ich muss sagen, es tut mir immer noch weh, dass ich die Schlüssel zurücklassen muss. Das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die ich jemals erlebt habe. Natürlich, es geht in den Keller. Warum auch nicht, ne? Ach, naja. Beziehungsweise will ich ihn noch ein bisschen randalieren. Hallo? Hallo? Na ja, gut. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das bringt uns alles nichts. Man denkt sich immer, oh, ich habe voll was Gutes gefunden und dann ist das halt einfach nur Müll. Oh. Er hat sich in einem Fotostudio versteckt. So. Musste jetzt sein. Ich war kurz wütend. Ich war kurz wütend. Was ist das? Das hat einfach Tentakel. Ja, wow. Da liegt noch Gehirn rum. Ja, lass mich in Ruhe. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht wegwerfen. Oh. Oh. Für Gehirn haben wir natürlich immer Zeit. Der hat einfach Tentakel in der Fresse. Ich kann das alles nicht mehr. Ja. Die Stähle sind weg. Wir müssen wir collectively fallen. Die思ene Leben unsestehh. Loh. 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 ich muss sagen ich liebte schon so ein bisschen und es gibt mir einfach so oft so silent hill vibes wo ich mir so denke ich möchte jetzt unbedingt wieder silent hill spielen vielleicht machen wir das demnächst ein schwimmbad lecker das ist eine gute frage die werde ich dir aber sicherlich nicht beantworten so köstlich ich denke wir sollten das erstmal noch lassen mein gefühl sagt mir das mein gefühl sagt mir aber wir sollten einfach diese treppe hier benutzen da liegt noch was jetzt ärgere ich mich vielleicht doch nicht interessant interessant was tust du das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich liegt aber auch glaube ich einfach daran dass wir gerade nicht verfolgt werden dann kann man das hier auf jeden fall nutzen das ist aber gemein ja wir lassen die fallen hier mal bestehen oh ins wasser rein okay das ist gut how was your day been was it stressful kind of i think i think i've edited like i think i've edited like i don't know 10 hours of stream stuff and so then i forgot to upload today's videos uh yeah scheiße but i will upload them tomorrow and how was your day ja ist halt heute blöd gelaufen was soll ich sagen kann ich nicht viel zu sagen okay oh sehr gut können wir jetzt nicht nehmen apart from wanting to strangle about three people but that's beside the point my day has been fine oh that's very good ach man das war so knapp das ist halt so ein kleines fenster yes ich bin gut manchmal zumindest beim zehnten anlauf noch nicht es ist noch zu früh oh oh das ist nicht so gut hallo hallo wieder hoch nein crouchen hallo hallo ja gut so boom ich liebs also das mit den fallen macht schon manchmal spaß oh hallo hier sind sie oh hier sind doch noch etwas mehr hallo ich habe ich habe Doritos now oh which kind of Doritos i don't think they are happy with you now who is not happy with me oh hier gibt es zwei eingänge gut dass ich das jetzt weiß mich the people you shot ah ich lad mal nach ich glaube dann könnten wir auch ein bisschen munition einpacken the chili flavor the people you shot ah that's not my problem oh the chili ones i love them wir können da hoch gehen sehe ich gerade ich glaube das sollten wir mal tun ich setze mich auch mal wieder so ein bisschen weiter zurück und mir das mikro mal hier so hin ist hier irgendwas irgendwas was mir was bringt vielleicht ja nicht okay dann tschüss so okay ich glaube hier sind wir dann erstmal durch we like the cheese ones yes i think i like all of them abgeschlossen ich möchte nicht da liegt gehirn hallo ich bin dann mal weg würde ich sagen hallo das kam ja günstig tschüss ähm könntest du da eventuell hinunter gehen tschüss these are your friends no yes totally my best friends und das machen wir jetzt nicht ne ja mit der ist viel los den fehler mache ich nicht nochmal hierin wirst du nicht inkarnieren piss dich what do they want from you i don't know maybe some money or something ach komm hab ich jetzt keine lust das ist jetzt ungünstig ja same ah more friends yes maybe maybe this girl is lonely and now she's a little bit mad because she's lonely but that's not my problem maybe she should have to think about her behavior and that's why she's lonely because she has some really bad behavior hallöchen oh ja gut das geht auch ne ach man der typ ich kann nicht mehr ich hab mich da ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern ich weiß nur dass es auf der playstation 3 so lange ladezeiten gab dass es der absolute bullshit war und ich hab mich richtig aufgeregt und ja ja ne jetzt nicht dieses mal ne oh oh das ist nicht so gut bleib we 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 Der sieht ja lustig aus, ein freundlicher Mensch. So, wir speichern mal. Und ich würde sagen, wir machen eigentlich an der Stelle schon Schluss für heute, weil wir haben ein Kapitel geschafft. Und ich denke, ein Kapitel in einer Folge ist eigentlich immer ganz cool. Das kann man dann ein bisschen besser cutten. Und ja, in der ersten Folge waren, glaube ich, direkt zwei. Naja, wir werden es sehen. Wir gucken uns noch den Anfang vom nächsten Kapitel an. Und dann machen wir Schluss, wie beim letzten Mal eigentlich. Ach, der Übergang hat jetzt gerade so ein bisschen gefehlt. She could be more polite about it. Yes, that's true. It seems someone wants me hospitalized. She is watching. We can't leave. Das kann gut sein. Aber das Gute ist, wir können dieses Mal speichern. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra Ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite abzuarbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden zehn neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechern geschützt werden. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja, so ist es. Oh Mann, okay, wir sind dieses Mal in einer anderen... Ja, wie nennt man das? In einem anderen Raum gespawnt. Den können wir aber öffnen. Moment, wenn wir in einem anderen Raum waren, gibt es da dann was zu entdecken? Ja gut, ich komme nicht mehr rein. Schlecht rauszufinden, ne? So, gibt es hier irgendwas? Nö, 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 nö. Nö, okay, alles gut. Es geht, ne? Uh, eine neue Zeitung. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass die Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ja, ich glaube nicht. Duolingo is screaming at me for not doing my lessons. Yes. They are right. I think you should do your lessons. Schlüssel haben wir keine mehr, ne? Ne, leider nicht. Blüht gelaufen. Ich hätte welche gehabt. Aber nein. Das Spiel ist buggy. Das Leben ist hart manchmal. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch ein bisschen Gehirn ausgeben können. I just started choking. I'm too busy choking on the resources. Oh, damn. Okay, was machen wir denn jetzt? Lebensanzeige ist eigentlich okay. Na kam Schaden, Spritzenwirkung. Ähm. Aber ich hätte gerne mehr Reserve. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das kostet uns nicht viel. Spritzen ist 2500. Ja gut, das können wir uns beides leisten. Jo, das. Qualen Bolzen. Oh, den können wir auch verbessern. Okay, wir haben bisher eigentlich immer, obwohl das habe ich schon oft benutzt, ne? Dann machen wir das auch noch. Ich liebe auch, wie unten links immer diese kleinen Comics sind. I started laughing at something that I'm set there choking. Oh. Oh, oh, oh. Gut. Dann speichern wir hier jetzt noch einmal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber, ähm, und ja, dann gehen wir ins nächste Kapitel. Kapitel Nummer 5, Innere Tiefen. Da bin ich sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.